Wir sind heute auf der Straße gegen die Angriffe des türkischen Staates auf Afri. Wir sagen Schluss mit den türkischen Angriffen auf Afri. Wir sagen Schluss mit den deutschen Waffen und Lieferungen an ein türkisches faschistisches Regime. Und wir sagen, wir sind solidarisch mit dem Aufbau der Selbstverwaltungsstrukturen in Nordsyrien. Wir sind solidarisch mit der Demokratischen Föderation Nordsyrien. Jede Flagge, die hier heute gezeigt wird, hat ihre Berechtigung. Es ist legitim, diese Flagge zu zeigen, weil diese Flaggen den Wunsch nach Freiheit, Frieden und Sozialismus im Mittleren Osten und auf der ganzen Welt repräsentieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.